Ja, kommst du hier noch um die Ecke? Ja, lass ihn mal suchen. Was? Warum? Boah, ehrlich. Ach, Mann, 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 Mann. Da unten sind die Fässer. Wieso ich da rankomme? Äh. Ich habe etwas in den Schatten gesehen. Das könnte der Waldläufer gewesen sein. Oh, wie soll ich da rankommen? Der Typ steht da aber auch jetzt direkt, ey. Ja, macht er erstmal ein paar Wurfübungen und freut sich erstmal ein Ass. Oh, ja. Ich bin der Größte. Schwingen kann jeder. Doch eine Armbrust erfordert Geschick. Ich kann mit beiden umgehen. Schön für dich. Boah, das ist... Wie soll ich da rankommen, ey? Garlich. Hier laufen zu viele rum. Wenn ich den jetzt mitnehme, dann ist er zu offensichtlich. Der läuft wieder zurück. Das ist gut. Er macht was in der Axtübung, ey. Und sieht die Leiche nicht. Schleicht da jemand umher? Frag mich, was diesen Narren getötet hat. Ach, Mist, ey. Ich hätte es doch fast geschafft. Da oben war noch einer gewesen. Boah, die Mission ist aber auch schon ein bisschen... Da braucht man echt Geschick. Ah, warte. Ich hab's. Ich hab's. Hier sind ganz schön viele Bogenschützen, die sollten sich alle erstmal ausschalten. Da ist der Erste. Ja, geh nochmal hoch. So. Ey, diese Grogfässer, ja. Ehrlich, das ist so schwierig. So viele sind hier. Das steht zum Beispiel leer. Ja, das könnte ich eventuell... Was macht der denn jetzt da? Was zappelt der da rum? Geh ich mal hier hoch. Oh, Mist, mir fehlen Elmgeschosse. Wo könnte ich denn welche kriegen? Es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Toll, das hat noch gefehlt. Noch mehr Marden, die unseren Grog stehlen. Solange sie kämpfen können, ist mir das egal. Ich hab können. Mit Oktrak hab ich kein Mitleid. Er hat den Tod verdient. Oh, okay. Oh, ich hatte schon ein bisschen Angst, aber der vor mir, der Uruk, der hat's nicht gemerkt. Ich nehme mich Angst, dass er was merken würde, was ich da mache. Oh, okay. Halt den Mund und arbeite, sonst bekommst du weitere Schläge. Ist doch, ist doch so ein, so ein Gefäß. Oh, oh. Oh, noch ein Berserker. Eine Leiche. Einer von uns. Wie war ich denn das jetzt? Ohne gesehen zu werden. Meine Hände schwitzen schon. Warum kommt er nicht einfach raus? Wer sagt, dass er überhaupt da ist? Oh, er ist hier. Ich kann ihn riechen. Er sitzt bestimmt da draus und belauscht uns, während er überlegt, dass er als nächstes tut. Muss ich auch oben draufstehen? Okay, jetzt stelle ich mich wirklich komplett doof an. Äh, wie mache ich denn das jetzt? Saurons Armee. Ne. Auftrag verlassen. Auch nicht. Ich will wissen, wie ich das jetzt vergiften kann. Muss ich raufhauen? Oh, da stehen zu viele. Oh, da stehen zu viele. Ich verstehe das Null. Ah, da ist was markiert. Oh, da ist was markiert. Oh, das ist so die Fässer. Entschuldigung, Dude. Jetzt funktioniert's. Oh, da ist ein Schützer. Er geht schnell in den Busch. Ohne, dass er mich sieht. Okay. Puh. Okay, ich hab's jetzt kapiert. Drehst du dich jetzt mal bitte um? Drehst du dich um? Drehst du dich bitte um? Oh. Oha, wie viele Uruks jetzt da sind. Ja, in Kürze. Ja, mach doch. Boah, ehrlich. Läuft, läuft, läuft gut. Ich hoffe, ich versage nicht. Da runter zu springen, ey. Okay. Okay. Oh, der ist einfach nur auf die Knien gegangen. Niemals beten und der Blitz fast nie einschlagen. Das leuchtet ein. Warum sonst sind diese Menschen so schwach? Jede Kreatur, die sich vor ein bisschen Regen und Kälte schützen muss, ist, dass sie sich nicht so starken. Okay, ich muss da runter. Oh, 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 oh. So, und es sind noch zwei auf der Karte. So. Wir müssen jetzt. Oh, das Seil kommt gut. Gucken wir mal hier hoch. Wir müssen noch vorher den Schützen ausschalten. Der hier nicht ist. Okay. So. Wo ist der Schütze? Der ist da. Oh, ich hab keine Elben geschickt. Oh, Mann, ey. Ich muss den ausschalten. Oh. Weil wenn ich da rübergehe, will ich nicht... Oh, oh. So. Der ist weg. Jetzt hoch. Schnell hoch. Nochmal hoch. Hoch. Runter. Runter. So. Und jetzt rüber schleichen. Stop, 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 stop. Oh, hier unten ist noch eins. Oh, mittendrin. Oh, wie soll ich denn da jetzt rankommen? Könnte das sogar schaffen, aber... Müssen wir erst mal die Umgebung abschecken. So. 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 Das ist doch nur einer. Aber der steht doof. Der muss... ... mit dem Rücken zu mir. Ich hab auch keine Elben geschossen, ey. Das nervt irgendwie. Okay. Nochmal zurück. Irgendwie... Ja, ich kann jetzt nicht mehr zurück. Oh, der läuft grad ein paar Runden. Ich dachte, wir würden auf die hier abgehen. Und auf einmal krieg ich den Befehl, noch mehr Vorrechte zu haben. Ja, komm, mach. Nimm dir Zeit hier. Ja. Kannst du hier hochspringen? Okay, das kannst du. Ich rieche etwas. Du riechst nichts. So. Jetzt hier rüber. Wo ist denn noch ein Fass? Es ist genau vor mir. Vielleicht da unter der Brücke. Ja. Da. Okay. So. Zwei Uruks oben. Das stört ja nicht. Unten scheint so, als wäre da nichts. Heißt also... Oh. Okay, der Typ joggt da. Oh, die trinken jetzt, ja. Das ist gut. Ja, du sollst runter. Boah, was macht der da? Ja, mach doch. Ich hab keine Zeit, Mann. Jetzt gilt es nur noch, zu warten. Oh, super. Geschafft, ey. Das ist ja wirklich so eine... lange Mission. Komm mit mir. Komm mit mir. Nein. Nein. Ich bin's. Ich bin's, Hilger. Oh, meine Liebste. Ich dachte, ich werde dich nie wiedersehen. Ich wusste, was du liebst. Ich wusste es. Wir schlafen wir im Wohntag. Doch wir finden uns im Frieden. Auftrag abgeschlossen. Die Ausgestoßenen. Jawohl. Mit zusätzliches Ziel. Jawohl. So, Mastat. Subi. Was haben wir denn da oben? Das dunkle Monument. Eliminiert weitere Häuptlinge, um diesen Auftrag zu beginnen. Oh Gott. Es ist eine Falle. Geh. Musklop der Beläsene in die Falle. Besiege die Leibwächter des Häuptlings, bevor du dich ihm stellst. Das hört sich ja wieder nach so einem richtig, richtig, richtig harten Kampf an. Aber jetzt, liebe Serabina-Fans, mach ich ein kleines Päuschen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und zwar bei der Mission Es ist eine Falle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann. Bis derweil. Zers!